Das gab's noch nie, der Raspberry Pi war über Jahre hinweg kaum zu bekommen. Doch das liegt nicht nur an der Pandemie, es gibt auch noch andere Gründe, das schauen wir uns in diesem Video zusammen an. Seit das erste Raspberry Pi Modell 2012 eingeführt wurde, erfreut sich der kleine Computer großer Beliebtheit. Das entspricht also im Schnitt stolzen 3,75 Millionen Geräten jährlich oder über 312.000 jeden Monat. Es könnten wohl noch mal deutlich mehr sein, wenn nicht die Raspberry Pi Krise gekommen wäre. Ab ungefähr Oktober 2021 sind viele Shops ausverkauft, andere geben Lieferzeiten im Bereich von mehreren Wochen an. Die Preise steigen dabei von ehemals 56 bis 59 Euro für den Raspberry Pi 4 mit 4 GB auf zunächst 70 Euro. Später wird es noch mehr, hier sieht man so ein Angebot, ich habe ja damals auch Beiträge gemacht, hier 85 Euro, das ist ja ganz schön teuer geworden. Etwa ein Jahr später hat sich die Lage noch weiter zugespitzt, der gleiche Raspberry Pi, der kostet jetzt ungefähr 143 Euro, also der geht hier voll nach oben. Man sieht es ja auch an der Grafik, das wird noch teurer. Auch das kleinere Bundell mit 2 GB Arbeitsspeicher ist hier mit 129 Euro immer noch extrem überteuert. Es sollte noch Monate so weitergehen, die Shops, die bekommen noch vereinzelt kleinere Lieferungen, meist bloß mehrere Zehn oder Hunderte Stück. Dementsprechend sind die schnell ausverkauft, man hat also kaum eine Chance zum Normalpreis ein Raspberry Pi zu bekommen. Erst im Juli 2023 fängt die Lage an sich zu entspannen. Die Preise sind zwar immer noch vor dem Niveau, vor der Krise, aber sie sind deutlich gesunken, hier zum Beispiel 83,90 Euro und dazu ist das Ganze wieder auf Lager. Also man hat dauerhaft größere Mengen lieferbar und eben nicht bloß ein paar hundert Stück, die ruckzuck wieder ausverkauft sind. Dafür gibt es drei Gründe. Den ersten kennen wahrscheinlich viele. Durch die Pandemie und ihre Folgen ist die Nachfrage gestiegen. Zeitgleich gab es da eben Probleme, Lieferengpässe, gerade bei Halbleitern, da hat man die Komponenten nicht bekommen. Es gab längere Lieferzeiten, das ist hier ziemlich problematisch, zumal das auch weite Kreise zieht. Goldman Sachs hat hier zum Beispiel 2021 gesagt, 169 Branchen, die sind hier vom Chipmangel betroffen. Also das hat alle betroffen, nicht nur den Raspberry Pi. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum selbst eine halbe Million produzierte Raspberry Pis pro Monat im April 2022 längst nicht ausreichen, um die gesamte Nachfrage endlich zu sättigen. Nämlich hier in diesem Beitrag steht es weiter unten drin, es sind die Industriekunden. Diese halbe Million wird nämlich gar nicht komplett an die Shops ausgeliefert, wo sie jeder kaufen kann, sondern die haben hier nämlich damals beschlossen, Wir sind der Meinung, es ist richtig hier die Industriekunden, also die kommerziellen Kunden zu bevorzugen, weil die brauchen Raspberry Pis, um ihr Geschäft am Laufen zu haben. Deswegen ist das hier wichtiger als eben Privatpersonen, die damit ja basteln, das ist dann meistens eher weniger kritisch, Aussicht vom Raspberry Pi Gründer. Hier wird auch nochmal betont für die Geschäftskunden, dass genügend vorhanden sind, die man hier an die ausliefern kann. Im Dezember 2022 kommt dazu hier ein Update, wo man hier weiter unten sagt, wir haben hier immer noch einen riesigen Rückstand von Aufträgen, die von den kommerziellen Kunden platziert wurden, die man aber bisher nicht abarbeiten konnte. Das wird besser, aber wir sind eben immer noch dran, die abzuarbeiten. Erst später wird man dann einen größeren Teil an die Privatkunden ausliefern können, was dann ja dann diese Krise beendet hat, wie ich vorher gezeigt hatte. Diese Argumentation wird nachvollziehbarer, wenn man versteht, dass der Raspberry Pi längst nicht mehr nur ein Spielzeug für Nerds, ein Bastelcomputer ist. Er hat sich vielmehr als Standardplattform für verschiedenste Produkte etabliert. Hier ist einiges aufgelistet im offiziellen Katalog, da sind zum Beispiel Industriecomputer drin, Hutschienenmodule, um Energie zu messen, also im Zählerschrank. Dann gibt es Sensoren, Anzeigen, 3D-Drucker, es gibt Roboter, Spielautomaten. Das ist alles nur ein Bruchteil. Ihr seht, hier gibt es einiges an Sachen, da könnte man wahrscheinlich ein eigenes Video zu machen. Die alle haben eben Raspberry Pis in sich drin, nutzen die, um ihre Systeme bereitzustellen. Das sind aber auch nur die, wo es offen zugeben. Es gibt ja einige Unternehmen, gerade in Deutschland, da ist man eher zurückhaltend. Da möchte man sowas nicht unbedingt öffentlich preisgeben, was man da alles an Technologie verwendet. Das sieht man dann, wenn es jemand auseinanderbaut. Hier zum Beispiel, der ist noch gelistet, aber bei dem, da sieht es anders aus. Da hat mal einer so ein Modul hier auseinandergeschraubt und hat gesehen, hier im Inneren, da ist ein Raspberry Pi. Hier sieht man es noch, mit dem Logo ist da verbaut. Ein Raspberry Pi 2, also ein älteres Modell, das hier aber wunderbar seine Dienste leistet. Da hat noch einen Kühlkörper drauf gemacht, damit er nicht überhitzt und so funktioniert das ganze System. Hier sieht man mal die Homepage von dem, BAB Technologie. Die machen hier verschiedene Sachen für eben Smart Home Anwendungen, Internet der Dinge, die man sich dann hier zum Beispiel auf der Hutschiene im Zählerschrank montieren kann. Mittlerweile spricht die Raspberry Pi Limited Industriekunden auch gezielt an. Hier ist ein eigener Bereich auf der Homepage, wo man zeigt, was sind hier die Vorteile, wenn ihr auf unsere Produkte als Basis für eure Produkte eben setzt. Dazu bieten die eben auch viele Sachen, die Industriekunden wichtig sind. Ein Beispiel ist ja immer der Support, die Unterstützung. Wenn man hier mal in das Datenblatt guckt vom Raspberry Pi 5, also dem neu erschienenen, hier vom April 2024, da kam das Datenblatt raus. Den Pi gibt es schon seit 2023, aber hier ist ganz klar definiert, der wird noch produziert bis mindestens Januar 2036. Das sind über zwölf Jahre nach Marktstart und bei vorherigen Modellen haben sie sich auch bewiesen, dass man sich darauf verlassen kann. Da kann man also mit planen. Das freut dann Unternehmer, dass die sich sicher sein können, wenn wir darauf aufbauen, dann ist das eben nicht irgendwie in zwei Jahren nicht mehr lieferbar und wir stehen hier blöd da. Welche Dimension das angenommen hat, sieht man hier 2020. Da war es so, da wurden sieben Millionen Pies jedes Jahr produziert. Mehr als die Hälfte davon, die ging hier an Industriekunden, also weniger als die Hälfte an Private, an uns. Einige werden sich nun denken, Moment mal, wie kann das denn sein? Die sind doch gemeinnützig? Hier muss man erst mal die Aufbaustruktur verstehen. Es gibt nämlich zwei Organisationen. Die erste ist die Raspberry Pi Foundation, also die Stiftung. Die ist gemeinnützig und verfolgt das Ziel, wofür der ein Platincomputer ursprünglich erfunden und umgesetzt wurde, nämlich vor allem Kinder und Jugendlichen das Programmieren beizubringen. Das ist hier alles aufgelistet. Education, was man hier alles damit erreichen will. Da gibt es auch dann jährlich Reports, wo die hier so berichten, was haben wir in diesem Jahr alles gemacht, was konnten wir erreichen, welche Projekte wurden umgesetzt, was ist auch in Planung fürs nächste Jahr. Relativ umfangreich auf 77 Seiten. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn euch das im Detail interessiert. Ich verlinke das im Portalartikel auf uLabs.de. Die Stiftung finanziert sich über Spenden. Ein großer Teil kommt von der Raspberry Pi Limited. Wir haben die Organisation, die gemeinnützige Organisation unter raspberrypi.org. Dazu gibt es ja auch noch raspberrypi.com. Das ist die Limited, das ist ein Unternehmen, die gehören zusammen. Sie spendet einen erheblichen Teil ihres Gewinnes und sie kümmert sich um das gesamte Ökosystem, also die Hardware, die Software, die Weiterentwicklung davon, das in Auftrag geben, wird ja von Sony gefertigt und eben alles, was dazu gehört. Da die Limited ein normales Unternehmen ist, also hier eine Company Number ist als kommerzielles Unternehmen eingetragen, kann die auch Gelder einsammeln und hier zum Beispiel mit Fremdkapital dann weiterarbeiten. Die zahlt ihren Mitarbeitern und vor allem Führungskräften relativ ordentliche Gehälter im selbststelligen Bereich. Dementsprechend ist das ein Unternehmen, das möchte Profite erzielen sowie eben Wachstum. Aufgrund Nummer 3 haben sowohl die Limited als auch die Organisation wenig Einfluss drauf. Es geht nämlich hier um Wiederverkäufer. In unserem Wirtschaftssystem, da bestimmen wir Angebot und Nachfrage den Preis. Wenn etwas wenig verfügbar ist, wenn es geringe Stückzahlen gibt, dann steigt der Preis. Das gilt zwar nicht für die offiziellen Verkäufer, die haben hier Limits, aber alle anderen, die sind hier den freien Regeln des Marktes ausgesetzt. Die kaufen sich also ein Raspberry Pi für 50 Euro oder 60 Euro, verkaufen ihn für das Doppelte oder teilweise sogar Dreifache. Damit kann man sehr leicht hohe Gewinne erzielen. Das Konzept ist an sich nicht neu. Das gibt es mit allen Produkten, weil das eben wie gesagt ein Grundpfeiler unseres Wirtschaftssystems ist. Der Preis eines Produktes ist nicht von seinem Wert im Sinne von Nutzen oder anderen damit zusammenhängenden Dingen abhängig, sondern eben von dem, was andere bereit sind zu bezahlen. Und gerade Sneaker, also Turnschuhe, da sind es vor allem seltene, die man nur begrenzt kaufen kann. Die werden dann hier angekauft mit dem Ziel, dass man die teuer wieder verkaufen kann. Da gibt es dann teilweise Fälle, wo hier enorme Margen erzielt werden. Hier hat einer geschrieben, er hat von Nike zum Beispiel einen Schuh gekauft für 160 Euro. Später konnte er ihn für 950 Euro wieder verkaufen. Also da kann man ganz gut Geld mitmachen. Teilweise fünfstellige Umsätze pro Monat. Als Privatperson mag einem das sauer aufstoßen, dass hier die Kommerzialisierung entscheidend mitverantwortlich für die lange Durststrecke war. Damit jetzt den Raspberry Pi zu verteufeln, das ist aus meiner Sicht aber zu einfach. Ihr Argument ist ja durchaus nachvollziehbar. Eben vor allem, weil es nicht nur um Großkonzerne geht, sondern sie schreiben hier selber, wir haben hier hunderte von kleinen Unternehmen, die teilweise auch bloß kleinere Mengen kaufen. Und da ist die Existenz halt wirklich gefährdet. Wenn da über Wochen oder Monate keine Ware reinkommt, sie ihre Sachen nicht verkaufen können, das ist schlecht. Nicht komplett von der Hand weisen, lässt sich ein anderer Vorwurf, nämlich dass hier das ursprüngliche Ziel verloren gehen würde. Ursprünglich hat man ja entworfen, damit Jugendliche wieder mehr programmieren lernen, statt halt eben Industriekunden zu versorgen, wie es jetzt zu einem erheblichen Teil der Fall ist. Das ist korrekt, ist aber in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem schwierig. Hier kann man halt schlecht ohne Mittel etwas erreichen, da muss man Geld verdienen. Schlussendlich kann man auch schlecht vom Erfinder verlangen, dass er da jetzt altruistisch komplett bloß für die Gesellschaft das produziert und damit keinen Gewinn erzielt. Er ist der Erfinder, es ist seine Idee und er hat damit grundsätzlich das Recht, auch Gewinn zu erwirtschaften, wie jedes andere Unternehmen. Unter diesen Umständen hat der Raspberry Pi durchaus einiges erreicht, finde ich. Wem die Entwicklung dennoch nicht so richtig gefällt, der kann hier mal meinen Beitrag zu den Alternativen angucken. Da habe ich einiges aufgezeigt. Auch bei x86 zum Beispiel, da hat sich einiges getan, kann für einige Fälle durchaus eine Alternative sein oder vielleicht sogar der bessere Weg. Was denkt ihr über die Entwicklung von Raspberry Pi? Schreibt es mir gerne auf uLabs.de, in unser Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.